Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez Leuten anzuschließen. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen, was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Hi, für Gomez, oder so. Oh nein, nicht schon wieder so ein Spinner. Äh, was willst du? Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Ich mach ihn zu Hackfleisch. Junge, du bist gerade erst angekommen und fragst nach einer Hundertistenrüstung. Die höchst ranghafte Rüstung dieses Lagers. Mit so einer Frage sollte ich dich klein gehackt bei Snarfs guter Suppe kochen lassen. Gut, wo kann ich hier übernachten? Das sieht gar nicht gut aus. Nein, 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 Kollege. Solche Fragen kannst du mal fragen, aber nicht mich. Verstanden? Ich will stärker werden. Hast du eine Aufgabe für mich? Wo kann man diesen Zauberer finden? Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Ich zähl bis drei. Hey, wo finde ich diese Gritter? Ein paar Dietricher wären hilfreich. Wie komme ich ins obere Viertel? Zeig mir deine Ware. Er hat ihn fertig gemacht. Na, hast du was aufs Maul gekriegt? Ich mach dich fertig, Penner. Langweiliger Kampf. Macht nix, er hat's verdient. Diego, wenn du mir noch einmal so einen Pisser schickst, endest du genauso wie er. Verstanden? Früher wäre das ganz anders gelaufen. Verlass dich auf. Eben. Wenn du meinst. Das war's für heute. Ich schickte mich. Ich schickte mich. Vielen Dank.